du kennst das prinzip na du fängst an ja aber wir machen es so wir können ja wie viel mal sagen noch mal nein wir haben jetzt ein versuch wir sind spontan also bitte was würdest du dir als hänkers ich hatte es es war ein karte und wuschel die mann brüder was sind deine nervigsten machen hast du welche ich vergesse ich verwechsle ich lasse alles liegen und du schüttest auch sehr gerne wie tragisch besonders wenn du die handtasche greifen muss und der schlüssel ist rot dunkelrot schlüssel der schlüssel schlüssel und jetzt auch das waschbecken oh ja sie hat sich für immer und ewig in tecklenburg oh gott ich kann nicht mehr spielen verewigt so jetzt wissen es alle achten jetzt kommt der beteil und jetzt ab und halten magst du land leben oder doch lieber die großstadt ich liebe das land leben ich liebe die bäume ich liebe den wind und das rauschen des meeres und der flüsse und der bäche und so weiter und so weiter und so weiter weißt du was dein porno name wäre muschi dein name deines ersten haustieres und der mädchenname deiner mutter mein erstes tier war oh jetzt muss ich überlegen oh mein gott es war ein hamster und hieß hieß und er hieß oh mein gott ich hab's vergessen wie peinlich ich hab ihn vergessen meine mama heißt inge und als mädchennamen kurz nach das ist gemein gefährlich wenn du den gleichen nachnamen jetzt hast ja ja ich kann sich ändern ja was siehst du mein name für emmy sauvash aber ich finde man könnte auch sauvash sauvash machen sauvash oh emmy sauvash und muschi ich danke dir für dieses wundervolle schlecht gespielte interview na also ich hätte es nicht hingekriegt in der kneipe oh wunderbar und wasser ist da und jetzt kommt ah ja dankeschön ja 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 ja